Liebe ZuschauerInnen! Ich sage das ganz bewusst. Liebe ZuschauerInnen, ich sage das, weil in der hessischen Landesverwaltung Gendern mit Sonderzeichen ab sofort nicht mehr erlaubt ist. Auch in Bayern ist ja in Schulen, Universitäten und Behörden ab April keine Gendersprache mehr gestattet. Keine Sonderzeichen mehr wie Sternchen, keine Doppelpunkte. Nicht mal Kruzifixe dürfen mehr benutzt werden. Wohlgemerkt, das gilt nur für das geschriebene Wort. Im mündlichen kann man sich immer mit Schluckauf rausreden. Markus Söder hatte das schon länger angekündigt. Es gibt in Deutschland mehr Lehrstühle für Genderforschung als für Nukleartechnik. Was hat das Deutschland gebracht? Wir machen ein Genderverbot! Liebe Freunde, wenn man so gendert, braucht man auch keinen Lehrstuhl für Genderstudies. Man kann die Frage stellen, wofür braucht man das? Und nicht Nukleartechnik. Ich würde mich aber auch fragen, wozu braucht Markus Söder Nukleartechnik? Er hatte ja 2011 gedroht, als bayerischer Umweltminister zurückzutreten, sollten die Atomkraftwerke in Deutschland nicht abgeschaltet werden. Hat er jetzt wohl vergessen. Inzwischen will er sie zurückhaben. Was beweist? Man kann auch ohne Atomkraft ziemlich verstrahlt sein. Warum das Genderverbot sinnvoll ist, das hat Söders Staatsminister Florian Herrmann plausibel erklärt. Für uns ist die klare Botschaft, Sprache muss klar und verständlich sein. Es soll kein ideologiegetriebenes Sprachoktreu jenseits der anerkannten Regeln der deutschen Rechtsstreibung geben. Erstens, Sprache muss klar und verständlich sein. Zweitens, bitte kein Sprachoktreu. Die meisten Deutschen sind auch gegen einen Sprachoktreu. Die haben auch Angst vor einem Sprachoktreu. Die wissen auch gar nicht, wie man es behandelt, wenn man sich mal so ein Sprachoktreu einfängt. Verständliche Sprache finde ich rundum erstrebenswert. Beim Amtsdeutsch anzufangen finde ich sogar richtig gut. Bei Behördensprache kriege ich regelmäßig Sprachoktreu. Gegen unser Amtsdeutsch sind chinesische Staubsauger-Gebrauchsanleitungen, die mit dem Google-Übersetzer ins Deutsch übertragen wurden. Der Inbegriff von Klarheit und Verständlichkeit. Sie wissen, was ich meine. Der Netzteil wird wirken, wenn das Anzünder an. Wenn wollen, verbinden eines Grundkabel zur Metallstellung des Fuhrwerks Fahrgestell. Kauderwelsch, aber ich habe eine ungefähre Ahnung, was gemeint sein könnte. Wer mir das Finanzamt schreibt, verstehe ich kein Wort. Dass es aber verständlicher wird, wenn man die Amtssprache nicht mehr gendert, das wage ich zu bezweifeln. Das Gendersternchen im Wort BürgerInnen wegzulassen, erhöht die Verständlichkeit eines Behördenschreibens, um den Faktor und ich runde jetzt großzügig auf, Null. Warum regt das Thema Markus Söder so auf? Und warum seine Idee in Schulen und Universitäten? Auf die Idee zu kommen, die Sprache junger Menschen in Schulen und Universitäten regeln zu wollen, durch Verbote, eine Idee von geradezu kardinaler Beknacktheit. Denn was wird jetzt passieren? Es ist verboten, also machen die's heimlich. Die gendern jetzt heimlich aufm Klo. So wird's laufen. Ich als bayerischer Schüler würde jetzt ausschließlich das generische Femininum benutzen. In meinen Arbeiten. Das können die einem nicht mal verbieten. Nur die weibliche Form. Da hat auch die bayerische Ministerpräsidentin Markus Söder. Und die Söderin hat sicher kein Problem damit, mit einem falschen Geschlecht angesprochen zu werden. Das findet sie bei anderen ja auch unproblematisch. Ich hab das Gefühl, die Haltung der Union zum Gendern ist wie die Haltung der katholischen Kirche zum Sex. Sie sind davon besessen. Sie können kaum an was anderes reden. Selbst wenn sonst niemand dran denkt und niemand davon redet. Es wurde nie von staatlicher Stelle angeordnet, dass gegendert werden muss. So gesehen ist Markus Söder natürlich der vollkommene Politiker. Er liefert zu seinen Lösungsvorschlägen die Probleme direkt mit. Es gibt auch in anderen Bundesländern schon Genderverbote. Ja, jetzt aktuell Hessen, Thüringen auch und so weiter. In Bayern, hab ich das Gefühl, wird es aber ganz besonders zelebriert. Ist das blanker Populismus oder glaubt man in Bayern wirklich die deutsche Sprache in besonderem Maße schützen zu müssen? Das frage ich nun die bayerische Sprachwissenschaftlerin Dr. Maike Kühl vom Edmund Stoiber-Institut für angewandte Linguistik. Guten Abend, Frau Dr. Kühl. Grüß Gott. Hallo, servus. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Herr Regen, hallo. Frau Dr. Kühl, warum braucht es in Bayern ein Genderverbot? Ja, jetzt muss man vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das sind ja nur die Sonderzeichen nicht erlaubt. Warum muss man denn auch LehrerInnen schreiben? Warum nicht einfach Lehrkörper? Und man muss auch nicht MuslimInnen schreiben. Warum nicht einfach Fremdkörper? Es gibt so viele Möglichkeiten, Herr Ehring. Ja, aber diese eine Möglichkeit, genderneutral zu schreiben, die gibt's jetzt nicht mehr. Warum wird das eigentlich speziell in Bayern als Sprachverhunzung wahrgenommen und anderswo nicht? In Niedersachsen zum Beispiel. Ja, weil das Sprachgefühl in Bayern nun mal besonders ausgeprägt ist. Ach was? Ja, natürlich. Bayerisch gilt als das Latein mit vier Promille. Das Mesopotamisch mit Melkmaschine. Das Altgriechisch mit Gülle. Kurz um die perfekte Sprache. Ja, es ist ein charmanter Dialekt, das kann ich durchaus auch offen zugestehen. Aber es geht ja hier um die geschriebene Sprache. Ja, die geschriebene Sprache. Aber wissen Sie, Herr Ehring, was ja vielen Leuten überhaupt nicht klar ist, die Kulturtechnik des Schreibens ist ja in Bayern überhaupt erst erfunden worden. Deswegen dürfen wir in Bayern auch festlegen, wie geschrieben werden darf. Ich meine, das wäre woanders, oder? Das Schreiben ist das nicht. Ich meine, das wäre damals zwischen Euphrat und Tigris. Ist das doch nicht in Mesopotamien? Zwei-Strom-Land? Ich glaube schon. Perfektioniert wurde die Schrift zwischen Isar und Donau. In dieser wunderschönen Landschaft, ohne Kohlekraftwerke, ohne Windräder, ohne Elektroleitungen. Das sogenannte Keinstrom-Land. Herr Ehring, und ... Herr Ehring, auch phonetisch ist das Bayerisch ja so viel reicher, als das, was man beispielsweise im Norden Deutschlands so verkümmert ist, rausgurgelt. Das wäre besser. Ein klein bisschen beleidigend. Ja, das war auch so gemeint. Aber da kann ich ja nix dafür, Herr Ehring. Ja, Bayerisch ist einfach die schönste Sprache der Welt. Schauen Sie, im Italienischen, da hat man so wunderschöne Wörter wie Aurora. Die Morgenröte. Oder das türkische Wort für Meeresleuchten. Yakamos. Oder das wunderschöne Wort Saudade. Portugiesisch für Sehnsucht. Muntamonika heißt im Bayerischen Fotzenhobel. Fotzenhobel, Herr Ehring, ist das nicht schön? Ein Volk, das solche Wörter hervorbringt. Ja, das hat die absolute Kompetenz in Sachen Sprache. Wirklich. Ja, aber der Fotzenhobel ... Der Fotzenhobel wird ja auch in Zukunft nicht gegendert. Das wär ja noch schöner hier. Gegenderte Fotzenhobel. Das ist doch ein Schmarrn jetzt hier. Ja, aber warum bleibt da nicht einfach alles, wie es ist? Ich begreife es immer noch nicht. Sie begreifen es immer noch nicht? Nein, ich begreife es immer noch nicht. Sie begreift das immer noch nicht. Sprache ist in Bayern einfach sehr effizient organisiert. Wir sind da einfach viel weiter. Wir sparen konsequent Silben ein. Schauen Sie, Ehring, ein Wort wie gemacht wird in Bayern so gemacht. Eine Silbe gespart. Gearbeitet. Gearbeitet. Zwei Silben gespart. Oder hier, da geblieben. Da blieben. Merken Sie was, Herr Ehring? Wenn wir jetzt auch noch BürgerInnen sagen, das wäre ja für bayerische Verhältnisse geradezu geschwätzig. Aber das Wort BürgerInnen auszusprechen, das kostet doch keine Zeit. Zwei Silben mehr, Herr Ehring, zwei Silben mehr und eine Pause im Wort. In Bayern macht man keine Pause im Wort. Außer beim Trinken. Ja, der Bayer sagt nur das, was er sagen muss. Wir haben ja sogar das Aiwanger-Alphabet. Das was? Das Aiwanger-Alphabet? Das ist das einzige Alphabet im indogermanischen Raum, das konsequent ohne A auskommt. Ja, wenn man das A durch das O ersetzt. Jetzt hören Sie einmal ganz genau hin, Herr Ehring. Sondern da sage ich ganz klar, ein Gesundheitsminister müsste sich doch dafür kümmern, dass unsere Krankenhäuser Zukunft haben und nicht geschlossen werden. Und der Landwirtschaftsminister, dass unsere Landwirtschaft Zukunft hat. Verständlichkeit. Verständlichkeit der Sprache, Herr Ehring. In Bayern das O und O. Vielen Dank, Dr. Meike Kühl. Dankeschön, Herr Ehring. Zum Glück ist die CSU ja nur beim Gendern eine Verbotspartei und sonst wahnsinnig liberal. Okay, die Cannabis-Legalisierung würden Sie natürlich auch direkt rückgängig machen, wenn Sie mal wieder im Bund in die Regierung kommen. Also da sind Sie für ein Verbot. Und für ein Burka-Verbot war die CSU auch schon. Aber sonst verbieten sie ja gar nichts. Höchstens die Ehe für alle. Die wollte die CSU eigentlich auch nicht erlauben. Und auf dem sogenannten Werbeverbot für Abtreibungen hat die CSU ebenfalls bestanden. Und ganz aktuell das Tanzverbot am Karfreitag will die CSU auch beibehalten. Ist das die Liberalitas Bavariae, die Markus Söder so gern beschwört? Unser Reporter Maxi Schaffroth hat sich in Bad Hölz umgehört. Was die BürgerInnen, ja, ich mach das extra, was die BürgerInnen dort zu halten von der bayerischen Verbotspolitik. Ja, wir fahren jetzt nach Bad Hölz, näher an die Bürger ranzukommen, nochmal zu reden, das politische Stethoskop an den bayerischen Volkskörper zu setzen und genau hinzuhören. Was wollen die Leute? Und ihnen schon auch sagen, was sie nicht zu wollen haben. So, das ist unser mobiles CSU-Ortsbüro. Da ist alles drin. Entertainment. Das ist unser Credo. Verbitten, was verboten gehört. Weil wir als CSU stehen für die guten Verbote. Nicht diese Schmarrnverbote der Grünen, sondern mit einem gesunden Menschenverstand, kurz gesagt. Servus, grüß euch. Kommt her, wo geht's denn hin? Wollt ihr, habt ihr einkauft? Habt ihr Fleisch gekauft? Fleisch haben wir auch gekauft. Ganz wichtig. Das habt ihr gewusst, dass man in Bayern nicht unter 25 Gramm Fleisch mit sich führen darf. Also schaut, dass ihr gescheite Politik macht. Diese grüne, vegane, das klubbt da. Du hör mal auf. Du, wir schauen, dass wir die Grünen rausbringen. Ich bin ja mittlerweile für ein Grünen-Verbot. Das ist ja unmöglich, was da abgezogen wird. Wird das aufgenommen? Ja, ein bisschen was. Unmöglich. Also das sind Kasper. Und da sag ich, das Verbieten, das war bei der CSU immer schon besser. Ja, ihr macht es schon besser. Ich sag Ihnen gleich, Sie verbieten auch viel. Sie verbieten die Gendersprache. Ganz genau. Es ist unmöglich so eine Regelung, entschuldige. Aber diese Sprache, die Verrohung, das ist doch verhunzt. Sie beschweren sich doch bei den Grünen, dass sie zu viele Verbote machen. So eine Pipi-Fack-Sache. Soll auch jeder selbst reden wie er will. Das ist doch nicht lebenswichtig. Kann doch nicht alles durcheinander sein. Jetzt sagen sie wahrscheinlich gleich noch, dass sie einen Mischwald wollen. Tofu, Scheiße. Wir sagen, das verbieten wir. Wir verbieten diese ganze, dass dir ein Sellerie-Schnitzel, weißt? Das dürfen Sie ja Schnitzel nennen. Ja. Das ist ja unmöglich. Es ist ja kein Schnitzel. Nein, überhaupt nicht. Es ist kein Schnitzel und das darf auch nicht so genannt werden. Mir bleibt mein Fleisch. Was ist die Idee? Was könnte man verbieten? Er muss sich besser an den Tisch zusammensetzen und das ausdiskutieren. Haben wir doch alles gemacht. Hör auf. Hör auf, du. Haben wir alles gemacht. Ah, Mensch, der Dreigern. Bitte schön. Grüß dich, du. CSU-Wählen, gell? CSU-Wählen nicht vergessen. Mach's gut, bitte. Hast du nichts zum Arbeiten, oder was? Nein. Was ist da los? Nichts zum Interviewen, oder? Du, hör auf, du. Wir machen ein bisschen Tuchfüllung mit den Wählerinnen und Wählern. Ein bisschen vor der Europawahl noch mal gegen die Grünen und so. Das finde ich nett. Hans Wurscht sind's da. Die Grünen müssen weg. Ich sag's dir. Servus. Wie geht's Ihnen? Wenn Sie nicht mögen. Sowieso. Ja, ja. Und dass wir sagen, diese Verbotspolitik von den Grünen, da müssen wir einhaken. Wir verbieten den Cannabis-Klump da. Und wichtig ist, dass wir in Bayern unseren Alkohol trinken dürfen und dass wir einen Spaß haben dürfen miteinander. Was könnte man verbieten? Wo könnte man ein Augenmerk drauf? Die Steuern. Steuern? Jawohl. Schreiben Sie es ab. Da brauchst du nicht lachen. Wir machen das. Ja, grüß Gott. CSU. Keine Angst. CSU. Irgendwann mal zusammen treffen. Ja, schön. Wir wollten ein bissel hören, wie es Ihnen geht. Und dass Sie umtreibt, was Sie grantig macht. Sollen wir was verbieten? Wir sind gerade im Lauf mit den Verboten. Cannabis-Verbot, Gender-Verbot. Ja, Gender ist gut. Ich hab schon die zwei richtigen Sachen. Aber du kostest eine halbe Banane, eine halbe Napfe, ein Smoothie. Wir haben jeden Deppen verkauft für drei Euro. Wunderbar, oder? Ein Smoothie-Verbot. Servus. Wir machen Feierabend. Ihr schleicht euch jetzt. Jetzt ist Feierabend da. Oh, schön. Ja, ja. Das ist unser CSU-Genderbeauftragter. Super. Was macht ein Genderbeauftragter in der CSU? Nix, nix. Jetzt sind wir unter uns jetzt. Komm, weg da. Hallo, ich würde ihn gerne umtauschen. Der funktioniert nicht. Was passiert ist, ich wollte extra drei in der ARD-Mediathek schauen, hab's aber nicht gefunden. War ich sauer, hab ihn runtergeschmissen, war er kaputt. Aber ich hätte einfach nur hier klicken müssen. Hm. Krieg ich trotzdem mein Geld zurück?